Ja, grüße! Es geht weiter mit COD. Ich hatte gerade eine schöne Dungeon Village Session. 13 Folgen hintereinander aufgenommen. Wir haben jetzt 3.20 Uhr ungefähr und ja, jetzt mache ich mit COD weiter. Und jetzt müssen wir... Ach, das ist die Mission. Ach, ja. Scharfschützen, okay. Na, müssen wir mal... Komm ja schon, komm ja schon. Ach, noch mal. Wo denn? Da. Hier, wo ist denn da noch einer? Hallo? Ah, da oben. Hältst du den Bubble? So, ah, da, ich hab dich gesehen. So. Ja, wo kommt denn... Hallo? Ah, da, also... So. Nur mal kurz nachladen, sorry. Wie er da am rumrennen ist, ich gehe kaputt. Scheiß Scharfschützen da, ey. Da. Ach, da kommt noch mehr. Meine Güte. So. Kommt noch welche? Hallöchen, da oben. Lässt ihr wohl meinen Kamerad in Ruhr? Rennen ja schon, rennen ja schon. Ach, scheiße. Ist ja gar nicht rennen. Ah, super. Gar keine Munition in dem Ding. Ach, man, oh. Ach, du Kacke, da kommen die ganzen... Fliegerdinger. Ah, super. Hallo? Gott. Mein Gott. Kommt die ganzen Deutschen her. So, 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 so. Alter, geh vom MG weg, du Pissnälke. Da oben ist auch noch einer. Triff den nicht. Ich gehe kaputt. Ich bräuchte Munition. Aha. Aha. Ach, meine Güte. Mann, warum immer ich, ey? Super, ey. Na, jetzt reicht es. Na, ich bin mir scheißegal. So, ey, die Schnurze voll hier, ey. Ja, komm her. Komm her. Hallo, hallo, hallo. Klappe halten. Da ist auch noch einer. Jetzt treffe ich den nicht mal. Nein. Ach, Leute. So. Weg vom MG, du. Ach, Munition. Muss denn hier noch einer? Da oben. Hältst du den Bubble? Watt, 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 watt. Wo muss ich denn hin? Ich brauche... Ach, kacke, ey. Oh, da liegt ganz viel Energie. Sag mal, ist da einer zu uns gerannt? Ne, ne? Wie viele sind denn hier, ey? Ey, das war meiner. Na, wer ist denn meiner? Ist mir auch egal. Hallo, hallo. Du schießt, du? Wo ist denn da einer? Ich sehe da keinen. Na, okay. So. Ach, du Kacke. Der lungert ja hier. Trifft den gar nicht. Warum treffe ich dich nicht? Ach, warum... Ah, ich bin ein schlechter Schütze, ja. Na komm. Jetzt muss ich da echt hin, oder? Hm. Mach ich das jetzt, oder mach ich das nicht? Ich bräuchte erst mal ein bisschen Muni. Na, super, ey. Ich will hier nicht hin. Ich hab Angst. Ach, der Keller. Da geh ich nicht hin. Wo denn? Ach, du behindertes Stück Scheiße. Ah, fick dich, Alter. Ach, du alten Scheißdeutschen, du. Oh. Mit dem Bubble da oben. Alles klar. Reifst du wohl liegen? Ja, du kannst dich bewegen. Ah, Kacke. Meine Güte. Ziele aktualisiert, wieso? Was schlagerst du? Oh, ich muss im Keller, ne? Ah, egal. Energie. Munition hab ich auch wieder nicht. Ah. Hab dich gesehen. Hallöchen. Du kriegst keine Deckung. Hab ich ja schon mal dazu gesagt. Oh, da ist auch noch einer. Hallo, Deutsche. Wo seid ihr? Ich brauche euch nicht. Ah, ich muss nach oben. Okay. Ah, ich bräuchte Munition. Das ist doch eine Scheiße. Hm. Wie soll ich das Ding nehmen? Aber schreckt mich nicht so. Man muss hier ein bisschen alles durchsuchen machen, ja. Was macht der hier, Jungs? Ah, hier ist keiner. Gut. Also, ab nach oben. Hier möchte ich aber jetzt auch nicht wirklich hin. Oh, Kacke. Scheiße. Wo? Ich habe Angst. Was für Russen? Wo sind denn hier die ganzen Deutschen? Wo denn? Willst du mich verarschen? Wo? Da oben, Alter. Ich geh kaputt. Hast du mal Energie? Jawohl. Wo muss ich hin? Ach, hier kam ich doch. Komm mal, Platz, Jungs. Alter, würdest du mich jetzt hier ganz nutzen? Ach, da ist ja einer. Guck mal, seine Füßele. Und seine Arschle. Wo denn? Ach. Die Küssklergranate, Alten. Ach, der gehört uns. Was laberst du da? Wo ist er denn? Ich brauche MG. Das ist MG. Das brauche ich. Sehr schön. Hallo? Ich möchte da nicht hoch, ey. Ich möchte da nicht hoch, ey. Jau. Hier, bis hierhin habe ich schon mal geschafft. Was machst du denn da? Bist du da gerade runtergefallen? Alter, diese Deutschen verschanzen sich überall. Geht ja wohl gar nicht, ey. Na, was wird... Was für dein Befehl, ey. Einfach... Boah, hast du mich erschrocken. Du bist auch... Hallo? Wo denn? Entschuldigung. Oh, Alter, erschreckt mich nicht immer so, Leute. Hier ist doch nirgendwo einer. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich habe so das Gefühl, ich bin immer da, wo die nicht sind. Oh, wo muss ich hin? Hier. Hallo? Ne, hierhin. Was für Panzer... Oh, nee, ey. Ich liebe diese Mission. Ich liebe es. Die Mission ist so tricky. Diese Mission ist so tricky. Ich brauche da ein bisschen Unterstützung, ja. Wo ist denn hier ein Panzerabwehrgeschütz? Ach, schon wieder einen oben. Ja, ach, Leute. Hier muss das sein, glaube ich. Hier ist aber auch keins. Aha. Hallo, Panzer. Der ist platt. So, jetzt muss ich nochmal nach oben. Das ist mein Kollege in Ruhe. Kommst du dann her. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Wie kam ich denn hier nochmal nach oben? Alter. Erschreckt mich nicht so. Ich muss nach oben. Mach den Scheiß. Ponser kaputt. Oh, vier Minuten. Das wird so tricky. Ich hasse diese Mission. Hau ab. Andere Seite. Wow. Könnt ihr hier nicht mal aufpassen, Leute? Wo war diese Scheiß-Geschütz-Nummer? Hau ab. Hau ab. Äh, ja. Warst du meiner? Das ist ja ein bisschen meiner. Wo bist du denn? Alter. Na, fickt euch, Alter. Ich hasse diese Kack-Mission, ey. Kriegst du Plack, ey. Mein Gott, wie ich diese Fack-Mission hasse, ey. Muss ich nochmal einen höher. Kann ich, glaube ich, von hier her. Sehr schön. So. Jetzt muss ich wieder einen runter. Wow. Hau ab. Ja, wo war sie? Wo war sie? Wo war das Scheiß-Geschütz nochmal? Mein Gott, Alter. Diese Mission ist so verkackt, ne? Wo war da? Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder von hinten Besuch kriegen. Na, einmal nachladen. Na, ich bleib einfach hier. Juck mir jetzt auch nicht mehr. Wow. Na. Oh, Leute. Alter. Wie viele noch? Das muss ich aber nachladen, ey. Junge, Junge, ey. Was ist hier los, ey? Ja, sicher. Treff mich noch. Moin Gott, stirb jetzt endlich. Scheiß Tank. Ich weiß gar nicht, ob ich die Deckung geben kann, Junge. Boah. Fuck off, Alter. Diese Mission ist so ein Abschiss. Alter, ich fick... Scheiße. Scheiße. Yo. Bis klar, Junge, Junge, Junge. Oh, ey. Sorry, Leute. Ich bin ein bisschen ruhig jetzt. Aber die Mission ist so verkackt, ey. Hier kommen so viele, ey. Das ist schon nicht mehr normal. Wo ist er denn? Jetzt bin ich echt an der falschen Stelle. Hallo? Könnt ihr mal abhauen? Äh, bist du meiner? Ja, du bist meiner. Wo ging das denn nochmal nach oben? Nach hier. Wow, 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 wow. Ja, kommt Panzer. Alter, Vater, ey. Kann man sie echt aufregen? Das glaubt man gar nicht, ey. Ja, komm, Olle. Wo denn? Alter, diese... Scheiß-Drecks-Mission, ne? Ja.